auf dem weg zur england fahrt haben wir in einer belgischen raststätte eine pause gemacht um was man da so tolles in dem shop von der tanken stelle finden kann das seht ihr jetzt und hier gibt ganz tolle sachen wirstbällchen für 1 85 40 gramm für kann man nicht leben doch 1 85 ja ja färse bohnen kopf hier was auch immer das ist sehr lecker und ja wir sind gerade in calais auf die fähre gefahren und sind jetzt quasi schon in england ja also jetzt geht's los mit england videotage buch